Ja! On go! Ja! Moin oder wat? Moin oder wat? Wir haben jetzt hier gerade bestimmt 6 Uhr früh. Wir genießen ein bisschen den Sonnenaufgang am Raneane-Kanal auf der Rotenbrücke. Haben hier auch gepennt und das war die absolute Katastrophe. Ette pennt da unten eigentlich immer noch aus dem Gitter. Ette! Ette! Sag mal Moin oder wat? Moin oder wat? Da drüben ist unser Schlafspot. Ich bin immer noch ein bisschen in Schlafstimmung. Aber die anderen senden jetzt hier ein paar Challenges. Let's go! Ja, das wird eine Dive-Kong von hier über den Kasten da. Oder was auch immer das ist. Mitten im Dschungel drin. Das wird ein Fest mal der Natur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Reindach. Das gibt es schöneres als ein Send am Morgen. Send am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Verkackter Send. Au geil. Alter, das hat geknallt, ey. Aber war geil. Wer macht als nächstes die Frage? Dive-Foul. Machst du Dive-Foul? Mhm. Send am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, wie Dwayne uns immer zu sagen pflegt, ey. Das hat so'n Spaß gemacht, ey. Geil, ey. Also fast wieder zu Bett gelegt danach. Wir haben 6 Uhr morgens oder so und das ist ein Fest der Natur. Jan macht so, wie es aussieht jetzt nochmal. Also nochmal. Naja, ich probier jetzt gescheit. Das war nur ein Gag. Nach dem Gag geht's jetzt immer gescheit. Ja, geil. Ja, Mann. Nice. Kann eigentlich nicht schief gehen. Ich schmeiß mich jetzt in so'n Kart-Frisbee-Ding. Hab mir das nur so im Kopf vorgestellt, ob der Trick geht oder nicht, weiß ich jetzt auch noch nicht so. Aber ich denke mal. Reiner. Geile Nummer. Alter. Aber der war nicht getackt am Ende. Das ging er auf der Hand. Aber hat Bock gemacht. Alter, wie geil ist der Spot bitteschön für morgen. Safety-Set war Mann. Da treibt Kummer und Sorgen, wie Dwayne und Jan zu sagen pflegen. Ha, geil. Voll den Ass in die Fress bekommen bei der Landung. Ich glaube, Jan ist wieder dran. Jan fliegt jetzt in den Slider und Jan hat sich da was ganz Wildes überlegt für. Straight auf den Arsch drauf. Jan möchte ihn nur mal mit dem Arsch Donnie machen. Deswegen mach ich sie jetzt. Ich hab mit den Händen noch bisschen abdämpfen können. Aber der hat schon reingehaut. Das war ja maximal geil. Jetzt ist sie angebracht. Noch eine Zeitlupe. Ich kann es euch nur jeden ans Herz legen, jeder der das gesehen hat, das nachzumachen, das war so geil ey. Ich dachte echt, irgendwas ist da gebrochen, also sei es der Kasten oder sei es sein Arsch. Ich würde das eigentlich normal machen, das hat echt Spaß gemacht. Wollt ihr das normal sehen? Ja ok, dann machen wir das normal. Das ist so geil, du spannst den Arsch an und batz, kriegst du nix von mit. Dann machen wir jetzt nochmal einen schönen Warm Up Wall Flip, Halliteration ist da Bruder. Sick. Nochmal bin ich happy mit. Da bin ich happy mit. Ich halte gerade die Blätter zur Seite und krieg Bock auf den Paul M Flip. Mach jetzt den Paul M Flip. Stock! Dann machen wir jetzt den Paul M Flip. Oh der war ein bisschen nach rechts, das machen wir lieber auch nochmal. Ja. Damit bin ich happy. Wir hatten gerade schon eine richtig geile Session, jetzt steht das Frühstück an, deswegen perfekt, dass wir mit Y-Food eine kleine Kooperation haben. Da wir ja reisen, können wir nicht immer so viele Massen an Essen mitnehmen, deswegen haben wir jetzt Y-Food am Start. 26 Vitamine drin, viele Proteine, arschgeile Nummer. Ja, das ist eine geile Trinkmahlzeit. Habt ihr direkt noch Koffein dabei, wenn ihr diesen Cold Crew Coffee kauft, ist es laktosefrei und glutenfrei, also auch für laktoseintolerante Menschen. Ich finde die sollten ein bisschen toleranter sein, aber auch für die ist halt was. Und auch für Veganer haben sie was im Sortiment. Ja hier Veganer Kakao, auch obergeil und das geilste, hält 3-5 Stunden satt, no joke. Deswegen perfekt, wenn ihr unterwegs bist, einfach reinkippen, genießen. Und ihr fragt euch sicherlich, wie kriege ich das Zeug zu mir nach Hause. Richtig, einfach Link in der Beschreibung anklicken, ja, und dann koppeln, 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 mit dem Rabattcode, schlappen 10, ne? Schlappen 10. In diesem Sinne, schauen wir mal, was wir jetzt hier als nächstes machen. Schauen, ne? Möchtet auf jeden Fall richtig geil, na man. Ich hab Banane am Start und ich frag mich, wo das Seil bleibt. Was? Aber da ist es ja. Man, damit rein in den Ropeswing. So, das Rope haben wir aufgebaut, ist jetzt hier noch dran. Am Rückholseil, da vorne irgendwo hängt das. Und jetzt geht es rein in die Sprünge, let's go. Ist auch übrigens lange her dafür gesprungen, sind beim letzten Mal das Rope nicht abhanden gekommen. Rest in Peace, liebes Ropeswing. Du warst uns eine große Ehre. Und jetzt ist das Rope wieder da und dann schmeißen wir ihn mal als erstes rein. Drei, zwei, eins. Spaß ist Spaß. Das war nicht. Das ist sowas von zu niedrig, Alter, leck mir alle Füße. Das muss höher. Höher muss das. Bist du sicher? Das muss höher. Au! Das Seil war zu lang. Und wir haben so die kleine Sorge, dass das Seil zu viel Elastizität drin hat. Und wir deswegen immer ins Wasser kommen. Wenn wir zu machen, können wir nicht mal in den Griff greifen. Gucken, ob es noch klappt. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Cent wieder. Oder wie, oder was. Ja, das haben wir jetzt neu befestigt. Gibt nur ein Problem. Geh mal kurz herunter. Das Ding, wo du dich feststellst, ist unterhalb deiner Füße. Ich sage es euch so, wie es ist. Wenn das nicht klappt, dann hat sich die Nummer erledigt. Also gucken, ob es klappt. Es passt! Es passt! Es passt! Es passt! Es passt! Jedes Mal aufs Neuen Vergnügen. Der war leicht runter, weil ich so Spaß in der Airform hatte, Alter. Das war so geil. Als nächstes probiere ich den in den Köffer rein. Ja, Mann. Digga, jetzt schwimmt hier alles im Wasser. Junge, jetzt schwimmt hier auch noch ein Hund oder was das ist. Du scheinst da richtig Bock zu haben, Jappa. Das ist wirklich unter dem letzten Balken. Wenn der da ist, ist hier der letzte Balken, dann ist das nochmal so drunter greifen. Das ist natürlich eine wilde Nummer. Also ich meine, man greift sowieso. Er ist in der Luft mit der zweiten Hand nachher das Rope. Na gut, wenn er nicht mal mit der ersten richtig reinkommt, ist das natürlich schon blöd. Bei den Jaspard, glaube ich, bisher 2-3 Mal ist er überhaupt erst mit dem Ding geschwungen. Das ist lustig. Das hat mal nichts. Du hast dich da festgehalten. Mit beiden Händen? Ja, habe ich auch. Okay, vielleicht auch wegen der Sonnencreme, die ich unbedingt noch an der Hand habe. Was hast du dazu? Der sagt mir, dass das einfach ist. Mal sehen, was Ette jetzt auch nicht stört. Ja, Digga. Tsunami bis nachher in der West. Bis nachher in der West. Bis nachher in der West. Bis nach nach, wo wir gestern gestartet haben. Ja. Ich komm halt echt fett ins Wasser, ne? Du bist fett. Digga, was ist das? Das ist ein fucking Bambusbaum. Warum schwimmen hier Bäume im Wasser? Ist doch keine Baumschule hier. Jasbek, was soll das mit die Baume? Ich find's sowas ne Frechheit, weißt du? Was denken diese Bäume eigentlich, wer sie sind? Können sie hier alles rausnehmen, oder wie? Eineinhalb dann jetzt aber endlich. Ja. Jaaaa! Ahhhh! Ah, Digga, war das geil! Das hat mir die ganze Badehose ausgezogen. Also jetzt war's Bade oder was? Digga, ich hab... War der über... Was war das? Unterdreht. Leicht unterdreht. Nach dem Baum haben wir ein weiteres unbekanntes Schwimmobjekt gefunden. Und zwar schwimmt da vorne ein Bauhelm rum. Der Kanal ist der Wahnsinn. Als wir letzte Woche losgefahren sind da oben am Sonntag, war das Wasser so schön sauber, hier ist das völlig verpestet im Pott. Letzte Woche. Gestern war das. Perfekt! Noch mehr Schwung als gedacht, ey! Geil! Also da hinten kommt jetzt noch so ein Baum an, aber der ist recht isometrisch auf seiner Position. Also ich denke mal, ich probier jetzt mal den eineinhalb. Bock hab ich nicht. Aber was willst du machen? Jan will's sehen. Mal so machen wir das mal, ne? Gucken was passiert. Drei, 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 Ja, Jaaaa! Geil! Ich hab nix mehr gecheckt, ne? Ich war unter Wasser, hab keinen Plan wie ich da hin gekommen bin. Ich glaub ich hab am Ende auch noch getackt oder so. Nix gesehen, gar nix. Und es hat sich gelohnt, dass er mich nochmal gezwungen hat. Ich hatte echt keinen Bock eigentlich. Geil! Aber war geil! Dwayne baut jetzt hier das Dropswing ab. Jetzt steht hier die nächste Sache auf der Agenda. Und zwar, letzte Woche wird das erste Mal 2-6 die Katze gemacht. Und hier haben wir unsere legendäre Rote Brücke. 13 Meter. Wollen wir schon immer eine Katzerona machen. Aber neuer Plan ist die 2-6 die Katze einfach direkt von oben. Schauen wir wie das ausgeht. Ich freu mich. Die anderen glaube ich auch. In diesem Sinne, rein in den Prep aber. 3, 2, 1, go! Die war nicht so geil. Machst du nochmal? Ja von oben. Ich dachte, er will nochmal prepen, weil die nicht so geil war. Nö, direkt von oben. Das ist wirklich der schlappen Klassiker schlechthin. Einmal geprept, hat nicht geklappt. Gut, was bringt's? Tut so oder so weh, da kann es auch direkt senden. Wir haben uns das Ganze jetzt einmal von oben angeguckt. 13 Meter ist schon höher als man denkt irgendwie. Weil der Prep nicht so optimal war. Mach jetzt noch einmal von hier. Weil von oben muss ich schon sehr langsam drehen. Ja deswegen noch einmal von hier und dann. Aber auf jeden Fall gleich von oben. Ja komm, nochmal probieren. Und go. Ja, safe. Der war gut. Ab nach oben mit uns. Ist so geil, es ist krank hoch. Dafür, dass ich das 2 oder 3 mal gemacht habe bisher. Also um genau zu sein, hast du das bis jetzt 3 mal gemacht. Ja, ja. Ich muss mich halt komplett langsam drehen. Ich muss nur so leicht nach rechts öffnen, fliegen. Und wenn ich denke, das ist so weit, dann muss ich mich zusammenjagen. Und dann hoffen, weißt du. Aber gut. Nein, passt schon. 3, 2, 1 und go! Ja! Alter! Ja! Alter! Die Airtime, ne? Das war glaube ich das geilste Gefühl in meinem ganzen Leben. Aber der Aufprall, der war nicht das geilste in meinem ganzen Leben. Ich habe nicht genug zusammengeklappt. Ah ja, stimmt. Die Wasserkopps kommen übrigens. Also sollten wir jetzt Gas geben. Jan ruht sich aus. Wir parken jetzt. Also, sende drüber. So, gerade die Aktion mussten wir ganz schnell beenden. Weil es kamen Tanker und die Polizei. Deswegen haben wir kurz einen Prozess gemacht. Alle zusammengepackt. Ich habe meinen leichten Bauchplatscher ganz gut verkraftet. Also alles locker. Wir sind an einer neuen Location mittlerweile schon angekommen. Und hier im Gebüsch lagert auch schon der mittlerweile altbekannte Teppich. Und mit dem haben wir jetzt nochmal eine besondere Aktion vor. Ich würde einfach mal sagen, Teppich Action. Also kleines Déjà-vu habe ich ja schon. So Leute, ich bin jetzt hier eingerollt in meiner Rolle. Das Y-Food schmeckt immer noch gut. Und wenn ihr das probieren wollt und dementsprechend dann auch kaufen wollt, dann macht ihr das am besten mit unserem Rabattcode. Ich kappe ihn aber gerade nicht mehr auf Lager. Mal gucken, ob ich ihn irgendwie für euch wieder ausfindig machen kann. Alter Lachs! Also ihr wisst Bescheid. Schlappen 10 in den Warenkorb eingeben und dann gebe 10% Rabatt. Wahnsinn! Hand aufs Herz. Wenn eine Werbung war auf der Welt bei uns, lohnt sich. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Wir nach uns noch ein Feind dafür. Fühlt sich wie so eine Rotationsmaschine, ehrlich. Deine Arme sind ja auch so und du segelst da so rum und dann hört nicht auf. Das ist so geil, ne? So, nach der Teppich Aktion geht es natürlich weiter im Kanal. Wir fahren mal wieder einen Umweg. Anders kennt man es ja auch nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Meter. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende vom Rhein-Herne-Kanal angekommen, hier in Duisburg. Und... War geil, ne? Also mein Arsch tut weh. Nee, komm, das tut weh wie sonst was. Meine Füße sind platt. Und jetzt rate mal zurück nach Essen. Habt er Bock? Ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Ich hab auch Bock. Hallo Leute! Outro! Dann Outro! Outro. Von Outro, Outro. Outro. So klein ist das Ding! Ich bin Rettung Schwimmer, also ist alles safe. Vielen Dank.